Hi Kids, mein Name ist Daniel Kreuzer. Heute bei uns im Studio machen wir ein kurzes Workout für euch. Ihr könnt im Garten oder bei euch zu Hause mitmachen. Wenn eure Eltern auch was tun wollen, gerne. Und ich habe meine Kinder Liz und Fee mitgebracht. Die werden heute richtig Gas geben mit euch. Und unser Trainer ist heute der Danny. Und jetzt geht's los. Yeah! So, willkommen. Wir haben drei Teile im Training. Und heute fangen wir an mit Flexibilität. Liege ich mal alle hin, Mädels. Arme hoch. 90 to 90 Stretch. Viermal links, viermal rechts. Beine sind 90 Grad. Knie bleiben zusammen, Arme bleiben hoch. So, ja. Vier Stück. Super. Okay. Top. Zweite. Im Push-Up. Thumb Bridge. Done. Ja? Step-by. Und open up. So ist es. Super. Auch vier Stück links, vier Stück rechts. Füße an die Seite von den Händen. Genau. Drehen. Super. Sehr gut. Eine noch. Yes. Okay. Nummer drei. Sitze ich hin. Ja? Im Back-Ridge. Open up. Ja? Over-Cross. Here we go. Genau. Popo hoch. Super. Vier Stück wieder. Alles viermal. Cross-Over. Popo hoch. Sehr gut, Les. Sehr gut, Fee. Was ist mit mir? Auch okay. Danke. Popo hoch. Genau. Okay. Und der letzte jetzt. Stell ich mal hin. Beine bleibst. Beine bleibst. Groß-Mache. Bis bis hier zu einem Platz. Bitte. Dann. Arme hoch. Lauf nach vorne. Beine bleibst gestreckt. Beine bleibst gestreckt. Beine. Und wieder groß machen. Zurück zum Platz. Machen wir noch dreimal. Here we go. Genau. Sehr wichtig bei diesem. Beine bleibst gestreckt. Yes? Okay. Sehr gut. Daniel auch. Okay. Okay. Und noch eins. Okay. Das war's. Top. Jetzt kommt Teil zwei. Speedlader mit Klopapier. Die Fee baut jetzt schon auf. Let's go. So. Ja, und wenn ihr kein Klopapier bei der Schlägerei im Supermarkt mehr gekriegt habt, könnt ihr auch gerne Becher oder was sonstiges nehmen, ne? Immer. Okay. Ja? Jetzt. Zweimal in. Und dann zurück. Alles machen wir wieder viermal. Yes? Zweimal. Ein, zwei, eins. So, ja. Und dann zurück. Viermal. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Sehr gut, Daniel. Mach mal mit den Kindern mit. Okay. Fee. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Seitlich. Zwei Stück. Gleich. Guck mal da hin. Zweimal guckst du da hin. Zweimal da hin. Okay. Zurück jetzt. Nicht laufen. So, ja. Zwei Stück. Super. Guck nach vorne, Liss. Arme machen mit. Sehr gut, Daniel. Zweimal. Einen noch für Fee. Sehr gut. Alles viermal durch. Alles viermal durch. Genau. Okay, der Nächste. Tief in die Hocke. Seitlich. Ja. Komm mal. Hopp. Und so. Let's go. Ein Meter nach rechts. Ein Meter nach links. Auch wieder vier Stück. Hier we go. Super, Daniel. Sehr gut. Sehr gut, Fee. Okay, Liss. Du bist jetzt. Seitlich. Und seitlich. Genau. Na, weil ich sie. Jetzt Daniel wieder. Was lachst du denn da? Und zurück. Dritte. 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 Jetzt, Fee. Moment. Fangen wir an mit der Letzte. Was wir machen, ist fünf Tripling. Und dann einbeine. Und schnell rückwärts. Komm mal. Schnell rückwärts. Machen wir auch wieder vier. Let's go. Let's hopp, 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 hopp. Und rückwärts. Vorsicht. Keine Unfälle. Let's go. And go. Einbein. Genau. Und rückwärts. Ja, let's go. Eine noch. Febi, viel noch für dich? Okay. So, jetzt kommt Teil drei. Das Konditionprogramm. Und wir arbeiten 20 Sekunden mit 10 Sekunden Pause. Fünf Stück. Wir machen zwei Runden, aber ihr könnt gerne drei, vier oder fünf Runden machen mit 90 Sekunden Pause. So, let's go. Okay. Der erste. Wir fangen an. In fünf, drei, zwei, eins. Let's go. Lunches alternate. Arme bleiben vor. Guck nach vorne. 20 Sekunden. Links, rechts. Links, rechts. Und so weiter. Mach so weiter. Noch zehn. Sehr gut. Große Schritt. Knie geht runter. Drei, zwei, eins. Jetzt Pause. Der nächste sind die Jumping Jacks. In fünf, vier, drei, zwei, eins. Let's go. 20 Sekunden. Super, Beine. Mach mit. Genau. Genau. Noch zehn. Arme hoch. Fähig. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Jetzt die Squat Jump. Ein Meter nach vorne, ein Meter zurück. In fünf, vier, drei, zwei, eins. Let's go. Beine ein bisschen mehr aus dem anderen Fähig. Ui, ui. Bleib schön gerade in deinem Oberkörper. Noch 15 Sekunden. Super. Ein Meter nach vorne, eins zurück. Guck nach vorne, Liz. Zehn, neun, acht. Komm, komm, weitermachen. Weitermachen. Let's go. Drei, zwei, eins. Okay. Der nächste Fähig. Welche war es? Anstrengend. Der nächste. Genau. Ja, okay. Allen Push-Up. Drei, zwei, eins. Let's go. Over Cross, Shoulder Touch. Oberkörper, Popo, bleib still. Lass nur die Arme bewegen. Nur die Arme bewegen. Und immer lachen dabei. Und lachen. Genau. Super. Core Stability. Noch zehn Sekunden. Schnell mit den Armen. Tempo machen. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Mach weiter. Und stopp. Und der letzte. Unsere Favoriten. Burpees. Yes. Arme kommen immer auf den Boden. Drei, zwei, eins. Okay. Let's go. Arme hopp. Und Tempo jetzt. So viel wie möglich in 20 Sekunden. Mach so weiter. Zehn, neun, acht. Let's go. Let's go. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Ja. Jetzt 90 Sekunden Pause. Du kannst gerne was trinken. Wir machen 90 Sekunden Pause. Und wir machen noch eine Runde. Ja. Gerne was trinken, Emilis. Genau. Gut, bis jetzt. Der Daniel ist schon müde. Kaput schon. Müde, damit die Kinder mitmachen, ne? Gute Energie, die Kinder. Mädels, seid ihr bereit? Kommt langsam hier. 90 Sekunden Pause. Und dann fangen wir wieder an. Waren wir jetzt noch 45 Sekunden. Wir lockern. Ja. Wir machen gerne noch eins. Aber zu Hause. Könnt ihr auch mehr machen. Vier, fünf, sechs Sets vielleicht, ne? Vielleicht. Das Gute von diesem Programm ist, du kannst das jeden Tag machen. Ja? Okay. Okay. 30 Sekunden noch. Bin bereit. Ich will mehr Wiederholungen sehen in der zweiten Runde, ne? Girls. Ja? Be ready. Come on. 25. Okay. Der erste, was war es, Liz? Welche? Wo fangen wir mit an? Ausfallschritt, ne? Ausfallschritt. Lunches. Links, rechts, links, rechts. In 10, 9, 8. Gute Technik, Ladies. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Come on. Arme bleiben vor. Guckt nach vorne, Liz. 4, 5. Genau. Schön den Knie zum Boden. Noch 10 Sekunden. Liss nach vorne, nicht nach hinten. Ausfallschritt nach vorne, Liz. Liz. Guckt, wie viel es macht. Nach vorne, Liz. Nach vorne. Komm hier. Stehen, Liz. Stehen. Und dann nach vorne. Genau. Und stopp. Okay. 10 Pause. Nächste Fee. Jumping Jets. Genau. In 2, 1. Let's go. 20 Sekunden. Komma. Gut. Ja, genau. Mach dich groß. Oben die Arme, Fee. Mach dich groß. Super. 10. 10. 9. Tempo ist super. Tempo ist super, ladies. Mach mal schneller wie Papa. 3, 2, 1. Okay. 10 Pause. Daniel, nächste. Spot Jumps. Spot Jumps. 1 Meter nach vorne, 1 Meter zurück. 3, 2, 1. Let's go. Komma. Tief in die Hocke. Hopp. Hopp. Super. Kannst du die Arme gerne mitnehmen nach vorne. Mach so weiter. Mach so weiter. Und stopp. Nee, das war warm up. Oi, oi, oi. In Push-up. Ja. Let's go. Wir sind schon zu spät. And go. Komma. Tempo. Links, rechts, links, rechts. 5 Sekunden zu spät angefangen. Wir machen einfach 5 Sekunden länger durch. Nein. Mach weiter. Mach weiter. Komma. Popo macht nichts. Vielleicht ist die Lister mal müde heute Abend. And stopp. Und der letzte. Genau. Burpees. 4, 3, 2, 1. Komma. Noch einmal. 20 Sekunden alles geben. Komma. Arme hoch. Und wieder. Komma. Les. Up. Let's go. Super. Daniel auch. Auf dem Boden. Genau. Mehr Wiederholungen wie Papa. Let's go. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Huch. Super. High five. Ihr beide bleibt. Nein. Super. Das war's. Sehr gut. Ja. Danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir fanden es auf jeden Fall cool. Bleibt zu Hause. Guckt, dass ihr euren Eltern auf die Nerven geht. Und wir sagen nochmal Danke zum Danny. Danke, Danny. Also sehen wir uns durch. Danke fürs. Danke fürs. Danke fürs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017